Liebe Zuschauer, auch an diesem Mittwoch ist es wieder Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle haben Zollfahnder im Landkreis Offenbach einen Lieferwagen aufgehalten, der mit ASP-kontaminierten Fleischprodukten beladen war. Wie das Hessische Landeslabor mitteilt, seien etwa 500 kg Lebensmittel bereits am 19. Dezember 2020 in einem einzelnen Lieferwagen mit rumänischem Kennzeichen entdeckt worden. Bei den Schweinefleischprodukten handelt es sich um eine große Zahl an Rohwürsten, rohes Hackfleisch, Leberwurst sowie rohe Schweinefleischteile. In drei von 40 eingereichten Sammelproben wurde das ASP-Virusgenom nachgewiesen und das in teils hoher Menge. Und wir bleiben beim Thema ASP. Denn mit den steigenden Nachweisen, die derzeit bei 574 liegen, sind auch immer mehr Jäger und Reviere vom Virus betroffen. Was dies genau bedeutet, hat der DJV jetzt zusammengestellt. Das sogenannte Frage-Antwort-Papier für Revierinhaber gibt es auf der Webseite des DJV zum Download. Darin werden zentrale Fragen zu Befugnissen von Behörden im solchen Fall Einschränkungen der Jagd oder Entschädigungsmöglichkeiten beantwortet. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Loma in Nordrhein-Westfalen rückte Montagvormittag aus, um auf dem Gelände der Birka Grundschule ein feststeckendes Reh aus dem Zaun zu befreien. Die zwei Zaunelemente wurden kurzerhand mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Das gerettete Reh ergriff daraufhin die Flucht, ohne sich bei der Feuerwehr zu bedanken. Das wollen wir im Namen des Rehs hiermit nachholen. Die Kantonspolizei Graubünden hat in Zusammenarbeit mit der Wildhut 10 Fälle von Wilderei aufgeklärt, die zwischen 2014 und 2020 auf dem Gemeindegebiet von Seewies begangen wurden. Die Kantonspolizei teilte mit, dass ein einheimischer Jäger während der Hochjagd 2020 zwei nicht jagbare Kronenhirsche erlegt habe. Bei den weiteren Ermittlungen kamen weitere strafbare Handlungen ans Licht. Der Jäger gab zu auf dem Gemeindegebiet von Seewies außerdem außerhalb der Jagdzeit zwischen 2014 und 2020 unberechtigterweise zwei weitere Kronenhirsche, zwei Gamsböcke und vier Rehböcke erlegt zu haben. Und nun haben wir noch einen Hinweis an alle, die gerne mit Wild kochen. Denn wir suchen nach euren besten Rezepten. Auf djz.de könnt ihr uns unter der neuen Rubrik Dein Wildrezept eure liebsten Wildzubereitungen schicken. Ob nun ein altes Familienrezept oder ein ausgefallenes Wildgerecht. Wir freuen uns über alle Einsendungen und verlosen pro Monat ein Überraschungspaket zum Thema Wildkochen unter allen Einsendern. Viel Spaß beim Mitmachen. Und das waren wieder die wichtigsten Meldungen der Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.